Die Top 5 Vorratsdosen aus Glas, eckig und praktisch Ich bin total begeistert von dem Amazon Basics 6er Set an luftdichten Vorratsbehältern. Die Größe von 0,8 Litern ist perfekt für kleinere Porschensgrößen und das Material der Dosen fühlt sich sehr robust und hochwertig an. Die Dichtungen sind wirklich dicht und halten meinen Inhalt frisch und sicher aufbewahrt. Besonders praktisch finde ich die Stapelmöglichkeiten, die Platz sparen und eine ordentliche Aufbewahrung ermöglichen. Das Set ist auch sehr preiswert und ich kann es jedem empfehlen, der auf der Suche nach zuverlässigen Vorratsbehältern ist. Ich habe kürzlich das Amazon Basics Glasbehälter Set gekauft und bin beeindruckt von seiner Qualität und Vielseitigkeit. Die Behälter sind aus robustem Glas gefertigt und die Deckel passen fest und sicher. Das Set enthält verschiedene Größen, die perfekt für die Aufbewahrung von Lebensmitteln in der Küche sind. Es ist auch großartig, dass sie BPA-frei sind. Ich benutze sie sowohl zum Aufbewahren von frischen Lebensmitteln im Kühlschrank als auch zum Einfrieren von Resten. Sie sind leicht zu reinigen und spülmaschinenfest. Insgesamt bin ich mit meinem Kauf sehr zufrieden und kann dieses Set jedem empfehlen. Ich bin begeistert von den Griano Vorratsgläsern mit Deckel. Die Set besteht aus sieben Gläsern mit einem Fassungsvermögen von 5,9 Litern und ist perfekt für die Aufbewahrung von Lebensmitteln wie Pasta, Müsli oder Mehl. Das Borosilikatglas ist besonders robust und kann sogar in der Spülmaschine gereinigt werden. Besonders praktisch finde ich den motten-sicheren Deckel, der verhindert, dass unliebsame Tierchen sich an den Vorräten zu schaffen machen. Die Gläser sind zudem optisch ansprechend und sorgen für eine aufgeräumte Küche. Ich kann das Set jedem empfehlen, der eine gute Lösung zur Lebensmittelaufbewahrung sucht. Ich bin sehr zufrieden mit dem COMSAF 6er Set Vorratsgläser mit Deckel. Die verschiedenen Größen, 650 ml, 1100 ml, 1500 ml, sind perfekt für die Aufbewahrung von verschiedenen Lebensmitteln, wie Pasta, Nudeln und Mehl. Die Gläser sind luftdicht verschlossen und halten somit die Zutaten frisch. Das Design ist schlicht und modern, und die Glasschalen sind sehr robust und langlebig. Die Gläser sind auch einfach zu reinigen und können in der Spülmaschine gereinigt werden. Das COMSAF Vorratsglas ist ein Muss für jeden Haushalt und ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich bin total begeistert von meinen Polegas Vorratsdosen. Das 12er Set aus quadratischen Glasbehältern eignet sich perfekt für die Aufbewahrung von Kaffee, Tee und Gewürzen. Die Luftdichtigkeit ist fantastisch, sodass die Aromen alle erhalten bleiben. Das Glas ist von hoher Qualität und sehr robust. Außerdem sind die Dosen spülmaschinenfest, was die Reinigung ein Kinderspiel macht. Ich kann Polegas Vorratsdosen jedem empfehlen, der auf der Suche nach einer einfachen und eleganten Lösung für die Aufbewahrung von Lebensmitteln ist. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.